Wie immer haben wir dieses Jahr einen Eichsfeld-Tag hier im Eichsfeld. Das ist unser Kinderfest mit Kinderschminken, Hüpfburg und allem drum und dran. Natürlich auch mit guten Rednern, mit Informationsständen, denn wir sind ja die NPD, wir wollen ja auch informieren. Wir haben auch Musikgruppen dort und Leute, die am Nachmittag uns mit Musik erfreuen. Die Musikgruppen sind Eudoxie, Brigade 88 und Faust. Finde ich toll für den Abend. Wir werden das erste Mal auf dem Gelände auch Bier haben für euch. Das haben wir sonst nicht gemacht, aber jetzt bevor ihr da immer vom Gelände runtergehen müsst, um euer Radler zu trinken, zu Bratforst, die auch hier aus der Region kommt, haben wir uns gedacht, wir haben das dieses Jahr einfach mal auf dem Platz. Wir würden uns freuen, wenn ihr am 18. Mai ab 13 Uhr für uns Zeit habt, nach Leinefelde kommt und zum siebten Eichsfeld-Tag, glaube ich, wenn es nicht sogar schon der achte ist, vorbeikommen würdet. Also am 18. Mai, eine Woche voller Europa- und Kommunalwahlen, würden wir euch sehr, sehr gerne zur Europaabschlusskundgebung der NPD und dem Eichsfeld-Tag in Leinefelde begrüßen. Kommt alle, wir freuen uns, wenn ihr genauso zahlreich kommt wie die letzten Jahre und es wird bestimmt eine schöne Sache werden. Das Wetter wird strahlendster Sonnenschein sein, wenn wir da sind, ist das immer so. Dann bis dann, ja, tschüss. Dicherndster Sonnenschein